ja lange kein video mehr gehabt hatte sehr viel zu tun war sehr viel unterwegs arbeit sonst was ist gar nicht überhaupt hier noch irgendwelche abonnenten und was habe egal es ist wieder zeit für ein paar videos und habe jetzt auch ein ganz tolles projekt vor mir und zwar nach etlichen jahren die es mir schon vorgenommen habe werde ich mir jetzt meine erste gitarre selber zusammenbauen meine mädchen maximo stratt wurde leider wieder verkauft hatte ich ja hier drinnen er hat ein paar gründe auf jeden fall wird es deswegen auch eine straddle caster werden ich habe echt lange durchs internet gestöbert und lange gesucht und war eigentlich schon drauf und dran über war muss die body und halbsteile zu bestellen wollte das ganze auch relativ ja sage ich mal individuell haben bitte mahagoni body und alles für einen wärmeren fetteren ton im endeffekt habe ich mich jetzt doch für rockinger entschieden es wird also die hauptbestandteile aus rockinger teilen sein zum einen haben sie das klassische 61er shaping was ich sehr schön finde ein weiterer punkt ist dass die korpusse praktisch hauchdünn lackiert sein sollen was ich auch schön finde zum einen weil der alterungsprozess schneller vonstatten geht für den ton soll es ja auch einiges bringen es gibt natürlich immer wieder die einwände klar wenn du dir eine gitarre kaufst du kannst du vorher anspielen du weißt wie sie klingt wie sie klingen wie sie bespielbar ist der punkt warum ich mir meine gitarre selber zusammenbauen möchte ist folgende und zwar ich sag mal der erste punkt sei es schon mal in dem preisbereich in dem ich sage ich mal mir getan leisten kann oder auch will weil ich halt im grunde nur zu hause spiele ist sag ich mal bis maximal um die 1000 euro und dort bekommt man weder bei fender noch sonst wie irgendwelche corpus also ein body der nicht irgendwie aus vier fünf teilen besteht schon mal der erste punkt ob man das nun später hört oder nicht das ist einfach für die psyche für mich sage ich jetzt einfach mal der nächste punkt ist die lackierung ich habe es jetzt bei einigen gitarren mal mitbekommen ist einfach wirklich da sind so dicke lackschichten teilweise drauf und ich habe mir den spaß wirklich gemacht bei meiner iphone les paul und habe mal ein bisschen auch am hals habe ich habe ich den lack runter geschmörgelt und siehe da sie vibriert und sie resoniert wesentlich mehr ist es natürlich immer noch keine richtige das ball aber es ist ein unterschied da von daher war mein erster grundgedanke auch mit dem warmos body den an finish zu bestellen und nur mit einem shell lack oder mit einem öl finish zu versehen vielleicht noch eine kleine beizung bin jetzt wie gesagt doch bei rockinger gelandet zum teil auch aus den kostengründen warmos hat zwar sehr gute preise allerdings durch die einfuhrsteuer tax gebühren geht der preis dann doch ein bisschen in die höhe und gerade auch beim ersten gitarren bau ich weiß es nicht was dabei rauskommt wie es wird wie es mir gefällt und kann natürlich sein dass das vielleicht alles nicht so wird und deswegen dachte ich fängt es erst mal ein bisschen kleiner an der anderen seite habe ich mir auch gedacht deutsches fabrikat deutsche gitarre die meisten teile werden auch deutscher herkunft sein warum nicht ja weiter im takt viele gedanken habe ich mir auch über die zusammensetzung gedacht gemacht was ich jetzt von der elektrik von den pickups rein haben wollte meine musik haupt musik richtung sind blues classic rock hard rock das ist so das was ich am meisten und am liebsten spiele auch sachen so in der richtung blues halt wie john mayer johnny lang und so eine dinge finde ich sehr schön allerdings spiele ich auch gerne und viel verzerrt oder halt auch rockigere sachen 80er rock classic rock und so eine dinge und von daher war eigentlich in der planung eine hss strad zu bauen die hss strad ja hatte mir eigentlich ursprünglich war immer mein wunsch wo ich angefangen hatte mit dem selbstbau und immer nachzudenken wer sind die marizo puff pro hamburg und zwei texas specials geworfen also single coils geworden war dann schon im nachhinein überlegen am überlegen den die marizo puff pro gegen den pearly gates auszutauschen bin dann immer weiter in überlegung gekommen wollte eventuell auch etwas mehr vintage lastigeres haben und war eigentlich auch sehr positiv angetan von den videos die es bei session oft gibt und zwar mit den kloppmann pickups und ich muss für meinen teil sagen ich höre also auch in den videos einen unterschied oder die klingen sehr sehr gut allerdings ist halt die frage ob der preis gerechtfertigt ist das muss jeder für sich selber entscheiden ich habe mich jetzt erstmal dafür entschieden nicht auf die kloppmanns zu gehen weil es einfach also beim fernhss set um die 600 euro ich weiß nicht wie die gitarre wird und im grunde ich spiele eigentlich nur zu hause für mich und das ist wäre denke ich mal schon etwas übertrieben sollte diese gitarre so gut werden wie ich sie mir vorstelle könnte man eventuell später nochmal darauf zurück kommen bin dann ja weiterhin an dem pearly gates dran geblieben habe mir dann für die single coils überlegt wie gesagt die texas special oder irgendwelche vintage pickups und habe mir dann bei endliche sound samples bin ich eigentlich mit diesen 69er custom von fendler ganz warm geworden weil die ja schon wärmeren klang haben also es ist kommt natürlich wie immer dann auch darauf an auf welche gitarre sie kommen wie die gitarre klingt aber ich kann mir nun auch nicht 20 verschiedene pickups kaufen die alle durchtesten zumindest am anfang nicht man kann ja mit der zeit nochmal gucken und ja so habe ich halt bei tomann immer im vergleich gehört die ganzen pickups da kann man ja auf der webseite schön sich die sounds anhören und hoffe einfach mal dass sie da ungefähr die gleiche gitarre für die verschiedenen pickups benutzt haben ich weiß es nicht ja soweit war ich dann bei dem punkt bin dann allerdings schon wieder jetzt endgültig auf eine sss also eine dreimal single coil version umgestiegen und zwar hatte ich noch mal wegen halsradien und allem möglichen bin ich noch mal hier zu sound und drumland was wir in berlin ja haben und habe mir noch mal ein paar getan angeguckt gespielt war dann noch mal ein verunsichert weil ich ja eigentlich dann da hatten wir ein paar schabels noch die waren zwar gebraucht mit diesem unlackierten ahornhals und das ist schon die spielen sich schon echt geil muss ich sagen aber okay es geht wieder am thema vorbei bin dann stand dann vor der fender wand und dahin war eine mexiko klassik glaube ich in schwarz 60s mit einem rothwood griffbrett und diesen mint grünen diesen mint grünen picker hat in einer drei single coil version und eigentlich im grunde fast so wie die john mayer black one bloß halt nicht nur mit der gold hardware und die sah einfach geil aus also ich stand davor und fand dieser wirklich super klassisch super toll aus und bin dann dazu geschwenkt und habe gesagt okay es wird eine sss in diesem diesem finish und er stand einfach davor ich habe die gespielt muss sagen ich habe da einige noch angespielt und sie klang nicht so toll also ist ja jede gitarre klingt anders habe da auch noch andere mexiko classics angespielt die besser klang besser resoniert haben aber diese optik hat hat mich einfach umgehauen und von daher habe ich mich dann entschieden dass also mein projekt auch in diesem bereich zu machen es wird eine schwarze stradocaster mit drei single coils ja da ich allerdings doch gerne rocke habe ich mir erst mal mit den pickups für eine version der noiseless entschieden und zwar die hot noiseless die auch in sowohl in der jeff beck als auch in der witchy sambora stradocaster drin sind also zumindest in der neueren version die 2000 2001 rauskam von der witchy sambora stradocaster die haben auch sehr sehr warmen klang gehabt sind auch wohl etwas fetter und was halt hinzu kommt dass sie halt auch verzerrt saugeil klingen viele bemängeln dass das keine richtigen single coils sind dass er halt irgendwie nicht so diesen wirklichen single coil ton haben ich konnte jetzt natürlich nur von den hörbeispielen gehen die man so wie ich so im internet gefunden habe und muss dazu sagen dass sie diesen 69er pickups die ich mir angehört habe die mir eigentlich am meisten zugesagt haben weil sie einen sehr sehr runden und warmen sound haben am last oder eigentlich fast identisch kam im verzerrten sogar noch geiler klang und ja von daher denke ich mir mal dass das für mich jetzt zumindest erst mal die richtige wahl ist es kann natürlich immer sein dass mit der zeit oder dass sie in der gitarre dann nicht so gut klingen oder was auch immer aber mit irgendwas muss ich ja erstmal anfangen also werden das erstmal die hot noise des pickups werden und dann habe ich mir noch ein ganz besonderes schmankel einfallen lassen und zwar stehe ich ja eigentlich auch auf fette hamburger sounds und um das zu realisieren habe ich mir bestellt von tube m doctor oder so da gibt es das das originale eric clapton meat boost kit mit 25 db mit boost auf vieler also vielen sage ich mal videos über eric clapton strats auch die richie sambora strats hat ja den meat boost mit drin war ich doch sehr überzeugt auch hier das video über die tbx boost strats was man in youtube findet auch die bringt coole sounds vorbei und denke mal mit dem hot noise list die ja sowieso schon einiges also an power bringen zumindest im britsch pick up und dazu noch den meat boost müsste ich eigentlich für meine verhältnisse oder für das was ich möchte machen möchte mit der gitarre alles abgedeckt haben ja ansonsten also sie wird praktisch ein schwarzes red in einem vintage look wird allerdings viele technische schmankels haben die halt einfach das was anderes noch dazu bringen als wie sie jetzt aussieht ja ich werde das ganze projekt versuchen mit videos zu unterlegen es wird mit sicherheit noch etwas dauern bis es fertig ist ich habe jetzt die er den ersten schwung der teile schon bestellt beziehungsweise die ersten drei schwünge fast corpus und so ein bisschen hardware die pickups das meat boost kit ist auch schon unterwegs also ein bisschen mit der bridge und hals mechaniken dass das wird denke ich mal demnächst kommen ja ich werde euch auf dem laufenden halten wert videos hinzufügen und ich hoffe ja es kommt es interessiert den einen oder anderen und mehr gibt es eigentlich jetzt im moment erstmal nicht zu sagen und ja work on ja 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 ja